Willkommen, jetzt ist es soweit. Jetzt machen wir Ihren Garten schön. Also wir bedeutet der Herr Engelmann und ich, aber wir machen nicht Ihren Garten schön, sondern wir bieten Ihnen nur das an, womit Sie Ihren Garten richtig schön machen können. Und das richtige Gartenwerkzeug zu haben, Kai, das ist ja eigentlich eine Investitionssache, da kann man im Baumarkt richtig, richtig viel Geld ausgeben, oder? Herrgott, Sie können Geld ausgeben, noch und nöcher, speziell bei unserem vierten Produkt, was wir Ihnen zeigen und beim dritten. Wahnsinn, aber Sie können es sich vor allem auch ganz einfach machen im Garten. Und da kommen wir jetzt als erstes mal zu unseren sensationellen Gartenschläuchen. Die haben Sie bei uns so gnadenlos gekauft, dass Sie jetzt bitte vorbestellen. Das hat nämlich seinen Grund, denn solche Schläuche wie unser Pro 5 auf 15 inklusive einer Brause, den kriegen Sie noch nicht mal inklusive der Brause bei anderen Sendern für unter 50, unter 40 Euro. Ich finde die Technik genial. Es gab einen deutschen Hersteller, der in den 80er Jahren damit schon experimentiert hat. Das Thema Schlauch in der Garage, wenn ich wirklich keinen Platz habe oder im Gartenhäuschen, hat sich endlich erledigt. Denn ich habe einen Schlauch, und Sie sehen es, der sieht so ein bisschen faltig aus, der ist aber ganz faustig hinter seiner Technik. Denn sowas Geniales habe ich in den 80ern schon mal gesehen, damals unbezahlbar. Wir bieten es Ihnen heute in 5 auf 15. Was bedeutet das? Ein stretchbarer, verlängerbarer Schlauch für 14,16 Euro an. Schauen Sie sich das mal an. Sobald Sie Ihren Wasserhahn aufdrehen, ist der Wasserdruck dafür zuständig, dass dieser Schlauch sich von 5 auf 15 Meter ausdehnt. Ja, magisch sozusagen und nicht ohne Grund. Mein Kollege nennt sowas faltig. Finde ich ein bisschen unhöflich dem Schlauch gegenüber. Für mich sieht das eher aus wie so ein Bungee-Seil. Stimmt. Denn wenn Sie mal die Bilder kennen, wenn Leute wahnsinnigerweise irgendwo runterspringen und sich so ein Seil um die Füße binden lassen, das sieht genau so aus. Und das ist eben der Punkt. Wir reden jetzt von Dehnbarkeit. Also sobald Wasserdruck drin ist, dehnt es sich bis auf das Dreifache der Länge. Die Brause vorne ist dabei und das Ganze zu dem Preis. Ist kein Wunder, dass das momentan noch nicht lieferbar ist, denn das Lager ist leer. Da sehen Sie es, alle Möglichkeiten. Und gucken Sie mal, zack, jetzt Wasserdruck weg und er zieht sich langsam, aber sicher wieder zusammen. Finde ich richtig toll, denn wir reden hier von einem leicht zu verstauenen System. Und wie leicht das zu verstauen ist, das zeigen kann ich Ihnen jetzt mal. Denn wir haben so ein gutes Stück hier. Und überlegen Sie mal, 15 Meter Gartenschlauch. Da war immer früher diese Rolle, warst du noch? Ja, klar, zum Kurbeln. Und die war richtig teuer. Vor allem stand ich ständig im Weg. Allein das Rollensystem mit 10 Meter Schlauch drauf kostete damals schon 89, 90, 129 Mark. Heutzutage wird da richtig Geld für ausgegeben. Das sind 15 Meter Schlauch. Und wenn Sie sich jetzt das ganz einfach mal aufrollen, dann haben Sie einen entscheidenden Vorteil. Sie brauchen in der Garage nur noch einen kleinen Haken, wo die 15 Meter Schlauch inklusive der Brause drankommen. Das ist super leicht für ältere Herrschaften vom Handling. Klasse, weil es super leicht ist. Und ich habe natürlich dann je nach Gartengröße jederzeit meinen Bedarf gedeckt. Und ich kann nicht vergleichen noch eine andere Größe an. Aber 5 auf 15 Meter. Und zwar ist der Schlauch aus Latex. Und dass das reißfest ist, das werden wir Ihnen jetzt mal zeigen. So, guck mal her. So, du nimmst mal ein Stück, ich mal ein Stück. So, ich wickele mir das hier mal um die Hand. Denk dran, dreimal, dreifach gedehnt. So, ich bin gedehnt. So, jetzt passen Sie mal auf. Nicht das aus Versehen. Dann gib mir ein bisschen mehr Seil, ein kleines Stück. So, Achtung, geht los. Jetzt passen Sie mal auf. Du gehst weg, ich halte. So, jetzt schauen Sie sich das mal an. Das ist die dreifache Länge. Und Sie können tatsächlich damit auch noch ein Auto abschleppen. Überhaupt kein Problem. Das ist die Technik heute mit Latexen. Das funktioniert absolut perfekt. Können Sie vielleicht sogar noch als Springseil verwenden. Absolut geniale Sache. Achtung, ich lasse ihn mal fitschen. Zack. Und das ist für mich wirklich toll. Wenn ich jetzt 15 Meter, ich wickele das hier mal auf, aufrollen würde, hätte ich mal ein richtig großes Problem. Denn ich habe eigentlich den kompletten Garten voll. Und ich wickele jetzt mal alles hier auf diese Seite, damit Sie sich das mal vorstellen können. Das Ganze können Sie so klein und kompakt zusammenrollen. 15 Meter Schlauch am Schluss. Und die Düse mit sieben verschiedenen Sprühmodi mit dabei. Ob Sie jetzt Geranien auf der Terrasse mal ganz schnell duschen wollen. Oder eben einen richtig schönen, festen Strahl brauchen. Alles das geht hier komplett. So, bitteschön. Das ist alles, was Sie brauchen. Das sind am Schluss 15 Meter Schlauch. Die rennen bei uns wie verrückt. Jetzt vorbestellen, damit Sie die nächsten kriegen. Aber Tatsache ist, es gibt ja auch größere Gärten. Und da haben wir auch einige Kunden, die sagen, ja Moment, also 15 Meter auf Dauer reichen wir nicht. Übrigens, hier haben wir mal abgeschleppt mit dem Auto. Da bieten wir Ihnen unseren Pro 10 auf 30 an. Das heißt also 10 Meter Schlauch im Normalfall ähnlich super leicht wie unser 5 Meter, aber dann eben auf bis zu 30 Meter dehnbar. Und Riesenvorteil von den Schläuchen finde ich, dass sie super flexibel sind. Und Sie gucken sich das mal an, mit welchem Gartenschlauch, mit toller Handbrause, mit sieben Sprühfunktionen, flach, punktuell, Druckstahl, Brause, Sprühen, Gießen und Trichter, können Sie ein Auto abschleppen? Also wage ich zu bezweifeln, dass Sie das woanders gerade finden, denn jetzt haben wir das gute Stück hier für Sie. Und das ist nicht getrickst, das ist gar nichts, Sie haben es eben gesehen, wir beide haben da mit Seilziehen gespielt. Und das ist wirklich echtes Abschleppen. Und jetzt überlegen Sie sich mal, so stabil ist dieser Gartenschlauch. Und das Ganze mit Klickanschlüssen, das heißt, das passt an alle handelsüblichen Anschlüsse, weil wer jetzt nicht zugreift und Garten hat, ist selber schuld. Denn das normale Schlauch aufrollen und aufrollen und aufrollen, das entfällt. Ich habe hier ein System, das ist einfach perfekt. Ich habe es in einer der letzten Sendungen schon gesagt, Sie kommen ins Gartenhäuschen, was steht im Weg? Die Schlauchrolle. Sie kommen in die Garage, Sie wollen ins Auto reinfahren, was steht im Weg? Die Schlauchrolle. Und sowas ist im Winter natürlich einfach mal auch in ein Regal gepackt, weg können Sie auch in den Keller tun, bevor Sie jetzt anfangen, diesen riesengroßen Aufroller mit in den Keller zu schleppen, alles völliger Blödsinn. Es geht so einfach heute. Die Bestellnummer für unseren Prozen auf 30 ist die NX5149 und die 569. Und Sie sehen es eingeblendet, für unter 25 Euro für mich der absolute Knaller. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Das hast du vorhin gesagt, Baumarkt. Ich kann mich dumm und doof kaufen an den Geräten. Wir sagen jetzt einfach mal einen Laubsauger. Habe ich. Einen Rasenkantenschneider. Habe ich. Eine Heckenschere. Habe ich. Und am Schluss noch eine Sense. Habe ich. So, das jetzt alles mit Kabel. Alles in einem Gerät. Ich könnte es im Baumarkt für unendlich viel Geld alles einzeln kaufen. Ja, das meine ich ja gerade. Also 500, 550, 600 Euro für vier Geräte einzeln. Und dann teilweise auch noch mit Stecker. Das bedeutet, wenn Sie irgendwann mal dann dummerweise an Stromkabel kommen, ist das durch. Wir bieten Ihnen von AGT eine 4 in 1 Kombination an, die ich grandios finde. Denn du bist ultra flexibel und hast alle Geräte mit einem einzigen Motor. Das ist sozusagen Ihre Steckdose. Das ist das, was Sie gerade da jetzt gleich sehen. Das ist diese kleine schwarze Tasche. Und diese schwarze Tasche ist sozusagen Ihre Steckdose. Denn wir reden hier von einem schnurlosen Gartengerät. Schnurrlos bedeutet, Sie haben den Akku wie so eine Reisetasche um die Schulter. Das ist nicht schwer. Der ist wirklich richtig, richtig leicht. Hängen sich einfach um und los geht es. Das heißt Rasen trimmen, ohne aufs Kabel zu achten. Und so haben wir es mal für Sie vorbereitet. So einfach ist das zu montieren, demontieren und vor allem in der Höhe justierbar. Finde ich toll. Denn da können Sie wirklich, wirklich ganz leicht arbeiten. Und zum Beispiel, wenn Sie jetzt mit Ihren Kindern oder Enkelkindern, so wie ich es liebend gerne mit meinem Opa gemacht habe, im Garten arbeiten, dann ist diese Angst, das Kabel zu treffen, einfach weg. Wenn Sie jetzt in der Miete irgendwo sind, eine klassische Terrassenwohnung haben, also im Erdgeschoss wohnen, müssen Sie sich natürlich auch darum kümmern, dass Ihr Anteil ordentlich bleibt. Ja, ich stelle mir doch nicht dann in meine Garage, wenn ich dann einen habe, auch noch vier Geräte rein. Geht da uns Summen aus. Ich mache das bei uns für unter 100 Euro. 94,91 Euro. Der Akku hält übrigens gut eineinhalb Stunden beim Arbeiten. Das ist jetzt Rasenkantenschneider, Rasentrimmer. Dann haben wir natürlich auch noch die Sense, die ich super finde. Denn gerade mal etwas höher gewachsenes Gas geht damit auch super gut weg. Dann natürlich noch den Laubbläser von Herbst. Im Frühling absolut klasse. Habe selber immer einen dabei. Das mit Akku. Bin an keine Steckdose gebunden. Und am Schluss haben wir dann auch noch die Heckenschere mit dabei. Und das alles für das Geld finde ich grandios. Und das ist ja ein Alljahresgerät. Das finde ich ja besonders toll. Denn der Laubbläser kann natürlich auch im Winter besonders gut zum Einsatz kommen, um den Schnee zum Beispiel einfach mal notdürftig wegzublasen. Finde ich toll. Der Akku hält, wie gesagt, richtig lange. Das heißt, hier gibt es keine Ausrede, dass Sie sagen, auf der Hälfte der Zeit, oh Mensch, der Akku ist leer, ich mache mal kurz ein Päuschen. Sondern hier können Sie wirklich kontinuierlich durcharbeiten. Und hier macht das Arbeiten vor allem richtig, richtig Spaß. Denn ich habe hier, wie Kai gerade sagt, ein kleines und kompaktes Gerät. Teleskopgriff um 90 Grad drehbar. Auch als Handgriff verwendbar. Das heißt, wenn Sie auf die Knie gehen und sagen, jetzt mache ich es immer mal ganz genau, können Sie das natürlich auch mit der Hand machen. Der Teleskopgriff ist ausziehbar von 90 bis 105 Zentimeter. Das heißt, egal ob groß, ob klein, das wird definitiv Ihre richtige Höhe sein. Das zum Beispiel zum Heckenschneiden finde ich richtig toll. Macht einfach einen Heiden-Heiden-Spaß. Denn wofür brauche ich vier Geräte, wofür muss ich viel, viel Geld ausgeben? Wenn ich hier jetzt zum TV-Sonderpreis, und dieser TV-Sonderpreis, Kai, der gilt 120 Minuten, 94,91 Euro ausgeben mag, weil das macht wirklich Spaß, weil ich spar richtig Geld. Und gucken Sie mal, so einfach geht das, zack, das ist doch toll, oder? Ein Motor, ein Akku und durch ein ganz einfaches Klick-System vier Geräte dran. Das geht super easy, das kann jeder. Und ich habe eben unheimlich viel Platz gespart. Schauen Sie mal, das ist alles dabei. Ganz unten steht auch noch unser Laubsauger. Der ist übrigens auch so lang, dass ich da wirklich bequem im Stehen arbeiten kann. Die NX 5002 und die 569, nochmal 94,91 Euro. Ein absoluter Megaseller derzeit bei uns, denn Frühling, Sommer ist da und der Garten soll in Schuss bleiben. Und wenn er nur klein ist, völlig egal, es macht ja auch Spaß, draußen zu arbeiten. Aber 44% Preis haben wir es. Also, unverdächtliche Preisempfehlung war 169,90. Und wir haben gesagt, nein, wir feiern 25 Jahre Perlen. Das bedeutet 25 Jahre Innovation zu erster Leben. Und das bedeutet natürlich, 0180 51 51 3 mal die 2 ist die Telefonnummer, die eben diese TV-Sonderpreise möglich macht. 120 Minuten gelten eben diese. Sie sollten sich jetzt nicht zu lange Zeit lassen. Denn egal wie schamant Sie in knapp 2 Stunden und 10 Minuten vielleicht oder 2 Stunden 20 Minuten fragen, dann ist eben der Preis von 94,91 Euro nicht mehr möglich. Und wenn wir von 25 Jahre Jubiläum reden, kann ich Ihnen sagen, vor 25 Jahren, Kai, gab es so eine Technologie, das fanden alle toll. Da ist man zum Beispiel von Frankreich nach England gefahren und das Ganze mit Luftkissentechnologie. Und das können wir jetzt auch. Wir reden jetzt von einem Rasenmäher. Und da sehen Sie das gute Stück, nämlich eben mit dieser Luftkissentechnologie, die damals erprobt wurde, die damals wirklich einfach seine Vorteile ausgelebt hat. Das ging ratzfatz über den Kanal und das können Sie jetzt in Ihrem Garten auch machen, nämlich kraftlos, wirklich einfach entspannt arbeiten. Schweben, Ihren Rasenmäher schweben lassen, da kommen wir jetzt zu dem Thema, wenn Sie jetzt einen Hanggarten haben, wenn es bei Ihnen hügelig ist, dann gibt es nichts Bequemeres, nichts Einfaches als eben diesen Luftkissenrasenmäher. Ich habe selber mit den Dingern früher gemäht, ich fand das absolut klasse. Kein Kraftaufwand, die schweben tatsächlich von selber und so kann ich die ganz einfach über den Rasen gleiten lassen. Die sind natürlich jetzt nicht für eine riesengroße Wiese mit riesengroß, ja schon zwei Meter hohem Gras drauf, aber die sind perfekt, um tatsächlich ein-, zweimal in der Woche in der perfekten Schnitthöhe seinen ganzen Garten in Ordnung zu halten. Gerade ältere Herrschaften mögen das, weil ich diese Schieberei nicht habe. Und was noch dazu kommt, es ist ja teilweise auch unangenehm, Nachbarn gegenüber, wenn ich mit so einem Benziner arbeite. Das stinkt. Vor allem, wenn der schon älter ist und der hat dann nicht mehr alle, also es ist nicht mehr sauber eingestellt, der Motor, dann macht er mal bäh, 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 bäh. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist ja eigentlich, kennst du das noch mit diesen Rollenspuren, die wirklich gefühlt tagelang nicht wieder weggehen von diesem Rasenmäher? Fand ich immer sehr, sehr nervig, finde ich auch immer noch nervig. Und deswegen habe ich mich auch eben für dieses gute Stück entschieden und damit mähe ich relativ gerne. Klar, du hast es gesagt, da ist bei mir auch ein leichter Hang drin und dieser Hang war immer nervig. Raufschieben oder runterrollen lassen und festhalten. Hier nicht. Hier haben Sie wirklich maximale Bewegungsfreiheit, denn Sie können ohne, ohne viel Kraftaufwand, Hang rauf, Hang runter, Schrägen damit bearbeiten und das finde ich einfach mal toll. Gucken Sie so, einfach funktioniert das. Kindersicherung, den Sicherungsknopf haben wir Ihnen eben gezeigt, der Rosane muss gedrückt sein, dann den Hebel ziehen, erst dann geht's los. Das bedeutet einfaches Handling und natürlich geht es auch bei weichem Boden. Und das finde ich einfach mal wichtig, denn es sackt nicht ein. Genau, wenn ich jetzt nämlich tatsächlich doch mal mähen will, wenn es die Tage davor geregnet hat, dann bleibt mir mein normaler Rasenmäher hängen. Und was macht ein normaler Rasenmäher, der einsackt, der schneidet mir bis, sozusagen ins Fleisch, bis in die Erde rein. Und dann habe ich überall so halbrunde Kreise, wo die Erde rauskommt. Vergessen Sie das alles. Die Geräte hier, unsere Luftkissen-Rasenmäher, haben zu meiner Zeit, da kann ich mich tatsächlich noch im Baumarkt an das Preisschild erinnern, 700, 800, 900 Mark gekostet. Das war Ende der 70er Jahre unfassbar viel Geld. Dass Sie bei uns so ein Produkt für 75,91 Euro kriegen, vor allem von Royal Gardenier, hat den riesen Vorteil, dass Sie hier einem Hersteller vertrauen können, der schon 25 Jahre mit Pearl zusammenarbeitet und im Gartenbereich sowieso bei uns tonantgebend ist. Schauen Sie sich das mal an. Ganz einfach drüber schieben und schon ist das komplett alles geschnitten. Genau das meine ich damit. Das ist das Schöne. Nicht nur in eine Richtung bewegbar. Wenn Sie jetzt Rollen an der Seite hätten, wäre genau das eben schwierig. Hier haben Sie diese schöne Sensentechnik, die man von früher sowohl aus den Heidi-Folgen als auch aus Sissi kennt. Überall wurden mal die Sense am Wegesrand geschwungen. Und genau so funktioniert das. Das heißt, hier sind Sie wirklich unabhängig. Wir haben hier ein ausgeklügeltes Drei-Klingen-System. Das heißt, hier können Sie genauso, wie Sie es sehen, einfach rechts-links schwenken und fertig. Keine kaputte Erde wird hinterlassen. Gar nichts. Und da haben Sie mal richtig einen schönen Rasen. Variable Schneidehöhe, klar, ist für Ihren Geschmack einstellbar. Und eine Leistung von 1000 Watt. Das ist einfach mal toll. Du hast es gerade gesagt, damals 900, 700, 600 Mark. Jetzt 75,91 Euro. Das ist der Preis. 5 Kilo wiegt das gute Stück. Nur das ist so was von leicht. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Sollten Sie sich jetzt wirklich mal gönnen. Denn, wenn die Kinder kommen, wenn die Enkelkinder kommen, macht es einfach Spaß auf Rasen zu spielen. Das ist genial. Mal zurück, so ein bisschen so back to the roots. Und das macht wirklich Laune. Und sobald es ein bisschen hügelig wird, ist das mit 5 Kilo natürlich der ideale Begleiter im Raten Garten. Also einfacher geht es nicht. Und heute so mit Kunststoff. Deswegen ist er auch so leicht, so robust, dass nichts passieren kann. Also, legen Sie los. Bestellen Sie, solange wir was da haben. Und vor allem bestellen Sie vor, was unsere Gartenschläuche betrifft. Dann sind wir nämlich gleich wieder ausverkauft. Und im Garten soll ein Schuss gehalten werden, oder? Eben, also rufen Sie an. 018 051 51 3 mal die 2. Aber schnell. 018 051 51 3 mal die 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 3 mal die